Meine Damen und Herren, was guckst du, war sein Durchbruch und sein Erfolg wird völlig zu Recht immer größer. Hier ist Kaya Janar. Kaya Janar. Kaya Janar. Bitte Platz zu nehmen. Darf ich dir was zu trinken einschenken? Bloß kein Alkohol. Echt? Nie Alkohol? Das Problem ist, ich vertrag kein Alkohol. Was passiert dann, wenn du Alkohol trinkst? Ein Morscherie, ich kipp um. Das ist das Problem. Wirklich? Ja, ja, ich vertrag das. Ich bin wie so ein Asiat. Wenn ich Alkohol kriege, werde ich sehr schnell müde und kipp um. Ist bei denen so, ne? Du kennst dich aus bei Klischees. Ja, ich kenne mich aus. Manche Klischees stimmen ja auch. Wasser. Und, äh, vielen Dank. Ähm, den Österreicher lässt du aber relativ raus in deinen Bühnenprogrammen, oder? Ist der unparodierbar? Doch, doch. Bestimmt mit Sicherheit verdient es auch der Österreicher veralbert zu werden. Aber das Problem ist, dass ich, ähm, dass ich, ähm, nicht genug Österreicher kenne. Also ich, äh, erhebe den Anspruch, dass ich wirklich, äh, versuche... Ja, kennst du so viele Inder? Äh, ich bin tatsächlich mit Indern aufgewachsen. Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen. Ein Drittel aller Frankfurter hat keinen deutschen Pass. Aber, äh, ich bin mit Indern aufgewachsen. Deswegen kenne ich mich ein bisschen aus. Aber du bist auch, du bist auch im Rotlichtmilieu aufgewachsen quasi. Auch. Dein Schulweg ging doch durchs Puffviertel. Richtig. Das heißt, du kannst auch wahnsinnig gut Prostituierte nachmachen. Indische Prostituierte. Indische besoffene Prostituierte. Ja, stimmt. Ja, da war ich auch oft zu Gast. Der Punkt ist, äh, dass, dass die Leute es nicht mögen oder die merken es, wenn es nicht wirklich authentisch ist, sondern wenn ich nur billige Klischees durch die Gegend schieße, dann sagen die auch, ja, komm, hau ab. In, in, insofern, äh, trau ich mich nicht an, an, an die österreichischen Klischees ran, weil ich sie tatsächlich nicht kenne. Ja, aber man könnte sich ja dafür interessieren. Ähm. Es ist dir scheißegal? Nein, es ist mir nicht scheißegal. Also zum Beispiel ganz oft werde ich von meinen österreichischen Fans gefragt, du verarschst doch auch die, oder veralberst die, du zeichnest liebevoll auch die, äh, Schweizer nach. Warum machst du das nicht mit uns? Der Grund ist, ich kenne mich in der Schweiz halt aus, weil ich habe eine Schweizer Freundin, so. Das heißt, ich müsste hier einen österreichischen Freund kennenlernen. Ich glaube nicht, dass meine Freundin jetzt österreichisches TV schaut, glaube ich nicht. Du, aber ich, ich, ich bitte ihm mal ein, dass du irgendwann mal gesagt hast, dass du viele Dialekte auch sehr hässlich findest, unter anderem den Schweizer. Wie ist das dann? Ist das so, dass deine Freundin taubstumm ist? Meine Freundin ist tatsächlich, also erst mal hat sie eine sehr sexy Stimme, das ist für mich ganz wichtig. Ich bin ein, ein phonetisch, äh, ein Mensch, der sensibel ist, so was Phonetik betrifft. Grüezi, ich bin gekommen. Ah, da tut sie schon was bei mir. Du hattest schön. Aber der Punkt ist, ähm, meine, meine Freundin hat eine sehr erotische Stimme. Ja. Und, äh, das Schweizerdeutsch ist jetzt nicht das erotischste auf der Welt. Äh, aber sie redet ohnehin Hochdeutsch mit mir, weil sie sagt, ich hab keinen Bock, Schweizerdeutsch mit dir zu reden und das alles dann zwei, dreimal zu übersetzen. Deswegen redet sie gleich Hochdeutsch mit mir. Aber ist es dann so, dass ihr dann, wenn ihr, wenn ihr intim seid, dass sie dann Hochdeutsch reden muss? Äh. Damit es überhaupt geht? Äh, 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 wenn ich gut bin, redet sie gar nichts mehr. Aber, äh, äh, so gut bin ich nicht. Äh, äh, ich hab jetzt nicht zu viel verraten, aber, äh, das ist wirklich so, es ist nicht nur der Akzent oder Dialekt, sondern auch die Stimmlage und der ist bei ihr fantastisch. Damit wir einen Eindruck davon bekommen, äh, was deine Freundin dann, äh, wenn sie Hochdeutsch reden muss oder, oder ruhig ist, weil es so schön ist, äh, was sie von dir sehen kann, äh, das hast du in einem deiner Programme, äh, mal darüber gesprochen und da sehen wir einen kleinen Ausschnitt jetzt. Wie du, wie du aussiehst nackt. Ja. So ein alter Ausschnitt gewesen, ne? Oh ja, das war, äh, das war, äh, das war 2007, die sind so weiter ausgefallen, dass ich jetzt eine Kappe trage, damit ich den anderen ersparen muss. Ehrlich? Ist es richtig so? Hat das ja nicht gedacht, das schaut nicht aus, als wäre es fast zehn Jahre her. Nein, nein, er hält sich sehr gut. 2007 war das, glaube ich. Aber die Mütze abnehmen kannst du nicht mehr, oder? Weil es albern wird. Äh, ne, besser nicht, damit, äh, ich will ja noch ein paar Tickets verkaufen. Du, äh, äh, warst du eigentlich der Erste, der quasi mit Migrantenwitz auf einer Bühne stand in Deutschland? Nein. Nein, 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 nein. Das war das Gefühl, nicht? Außer Rudi Karel jetzt. Äh, 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 das stimmt übrigens. Das waren Migranten, also Ethno-Comedy, die Rudi Karel gemacht hat. Aber ich war der Erste, der quasi eine Sendung, eine komplette Sendung, aber eben ins Mainstream-Fernsehen gebracht hat. Aber es gab von mir andere. Django Asyl zum Beispiel hat, glaube ich, 96, 97 schon als niederbayerischer Türke, schon die Ersten. Aber ich war dann der Erste, der, glaube ich, so kommerziell korrupt war, der gesagt hat, ich mache daraus eine ganze Sendung. Es gibt eine sehr, äh, interessante und lustige, äh, Entstehungsgeschichte, was den Titel, was guckst du, äh, betrifft. Würdest du das nochmal, äh, unserem Publikum erzählen? Äh, äh, unbedingt. Das war genau einer der ersten Sätze, die ich gehört hatte, als ich in Frankfurt aufs Klo ging. Also, also in der, Moment, in der Diskothek, jetzt nicht in Frankfurt aufs Klo, irgendwo auf der Straße. Wir waren in der Diskothek, wo wir öfter meinen, Frankfurt am Main, äh, mit 15, 16, dann, dann, äh, wenn Männer ins Klo gehen, äh, sich ans Pissoir stellen, dann, äh, gucken die eigentlich direkt runter. So, also der Deutsche guckt runter und beschäftigt sich nur damit und sagt, ich hab damit nichts zu tun, was links und rechts passiert. Und ich möchte auch nicht, dass das jemand sieht, was ich hier mache. So, und, äh, der Türke, der, der sitzt quasi im Urinal drinne, also, und guckt aber dir direkt in die Augen. Weil, der wartet drauf, dass du ihn anschaust. Und ich hab das halt einmal gemacht, ich hab so meinen Blick schweifen lassen, aber nicht, weil ich interessiert war, sondern weil, Mann, hat das halt mal, ich so, äh, 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 und da hab ich halt einen Landsmann erwischt, der mich angeguckt hat, gesagt, wo ist guckst du? Und daher kam, äh, also es ist quasi ein Klotitel, wenn man so möchte. Ähm, okay, das waren diese, diese frühen Zeiten von dir, äh, ich weiß, dass du aber auch, weil du über Diskotheken gesprochen hast, irgendwann mal als Hamster gearbeitet hast. Das war ganz am Anfang, das war, äh, da war ich 21. Und zwar hatte ich versucht, äh, mein Studium zu finanzieren mit verschiedenen Jobs und, äh, Bürojobs und so waren alles, war alles dabei, aber ich, äh, ich, äh, hatte so eine Anzeige gelesen, wo drin stand, wir suchen Comedians, Entertainer, Moderatoren und ich konnte nichts. Aber, ähm, ich hab einfach ein großer, eine große Klappe gehabt, hab gesagt, ich kann alles. Ich kann Elvis imitieren, Michael Jackson und ich konnte gar nichts. Und zum, zum Glück haben die nie danach gefragt, mach doch mal den Elvis, äh, aber die haben mich in ein Hasenkostüm gesteckt und gesagt, hier, geh mal Flyer verteilen. Und dann hab ich das, das war, das war der erste, äh, Showbizjob und ich, ich musste auch, glaub ich, als Hase oder als Hamster, ich hab's vergessen, ich kann nicht mal unterführen, äh, musste ich bei einem Geburtstag eines 40-Jährigen, er ist 40 geworden, er war ein riesen Hasen-Fan. Und seine Mutter dachte, es wäre eine super Idee, wenn ein Hase zu seinem, so ein Geburtstag-Crash. Und dann hab ich das halt gemacht und hab 45 Minuten bescheuerte Hasenwitze erzählt. Ich hatte ja kein eigenes Material, ich hab gesagt, du Möhre und so einen Schwachsinn. Und, und die Leute haben mich so angeguckt und gesagt, hoffentlich geht er bald weg. Und nach 45 Minuten hab ich tatsächlich 100 Mark dafür bekommen. Und da dachte ich, Showbusiness is the business to be. Ja. Hast du Angst, dass deine Karriere sich, äh, eventuell wieder zurückentwickelt und du wieder als Hase auftreten musst? Äh, ne, Angst hab ich jetzt, äh, nicht davor, weil diesmal wär ich tatsächlich, glaub ich, ein lustiger Hase im Gegensatz zu damals. Sprichst du eigentlich Türkisch? Kein Wort. Du sprichst kein Wort Türkisch? Und mein Vater hat gesagt, du lernst Deutsch anständig und, äh, ich durfte auch kein Hessisch oder Frankfurterisch lernen, der hat gesagt, anständig lernen. Und, äh, mein Vater hatte Riesenprobleme gehabt mit der, äh, deutschen Sprache und er hatte gedacht, sein Sohn ist genauso doof wie er. Ja. Und der kann nicht zweisprachig aufwachsen, der ist so doof und zwei Sprachen passen nicht rein in seinen Kopf. Und dann hat er zu mir gesagt, du lernst erstmal Deutsch und später du lernst Türkisch. Und es kam halt nie zum später. Es kam halt zu Deutsch, dann Latein. Frag dich nicht, warum? Englisch, Altgriechisch, Französisch. Und dann war ich 18, 19 und dann sollte ich Türkisch lernen und das fand ich dann uncool, weil ich konnte keine Frauen auf Türkisch, warum soll ich die anderen? Ja, ja. Dann kam der Bruder und sagte, das ist meine Frau, guck, was ist das? Aber das heißt, wenn du in die Türkei fährst, weil es da vielleicht Freunde und Verwandte gibt, dann sprichst du mit denen Englisch? Nee. Latein? Nein, die interessieren sich auch nicht für Englisch, genau. Altgriechisch. Es ist so, es ist immer wieder unangenehm, ja, für beide Seiten, weil die interessieren sich nicht für Fremdsprachen und ich kriege Türkisch nicht mehr auf die Kette. Ich habe wirklich versucht, ich versuche immer wieder alle paar Jahre, versuche ich Türkisch zu lernen, aber es ist, Mann ist das eine schwere Sprache, weil sie ist nicht so wie andere Sprachen, weißt du? Wenn du zum Beispiel Spanisch lernst, dann sagst du auch, ja, ich kenne die Wörter in etwa so vom Deutschen her oder Italienisch, kannst du dann holländisch, jeder von uns kann Niederländisch lernen, in zwei, drei Monaten, das ist deutsch auch lustig. Aber, ja, das ist quasi das, aber versuch mal Türkisch zu lernen, du konntest ja gar keine Building Bridges hier, was wir gerade gesehen haben, du kannst überhaupt keine Brücke bilden vom Türkischen zum Deutschen, weil die Sprache komplett anders ist. Banane heißt in ganz Europa Banane, Banane, Banano, Bananan, Banano. Auf Türkisch? Auf Türkisch muss. Jetzt versuch mal. Ja, 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 aber auf der anderen Seite ist Banane ein total wichtiges Wort in der Türkei, weil Banane heißt egal, ist ja wurscht. Interessiert mich nicht, ja, das ist, das ist interessant, die haben extra drei Buchstaben genommen, die nicht in Banane vorkommen, damit du das natürlich lernen kannst, und Banane heißt mir doch egal, das heißt, wenn du irgendwo versuchst, eine Banane zu bestellen im Restaurant, und du sagst Banane, sagst du, ach so, der will nichts zu fressen, dann geht der weg. Verhungerst du in der Türkei? Bist du eigentlich mit dem Label Ethno-Comedy oder Integrations-Comedy zufrieden, weil das ja doch relativ unsexy klingt? Mir ist es wurscht, was die Leute dazu sagen. Also ich mache meine Comedy und dann sollen die so eine Definition finden. Die zerbrechen sich heute noch in Deutschland den Kopf, wie sie zu mir sagen, ja, also die sagen, ja, was, du bist, Moment, du bist ein Deutscher, nein, Türke, du bist Deutsch-Türke, Tolto-Türke, Turko-Germaner, du bist Deutscher mit türkischem Migrationshintergrund, du bist Kanake, irgendjemand von dem muss das sein. Und mir ist es wurscht, was die Leute zu mir sagen, solange die über das lachen, was ich mache. Ja, und Erfolg ist ungebrochen, kann man sagen, oder? In Österreich, glaube ich, im März zweimal Stadthalle. Zweimal die Stadthalle, ich habe die Daten nicht im Kopf, ich vergesse das immer. Ich habe die alle im Kopf, ich lese sie nur ab, ich habe sie im Kopf, aber ich lese sie auch parallel ab. Siebter und Achter, Dritter in Wien, dann Elfter und Vierzehnter bei der Ypsiade, Zwölfter, Dritter in Graz, in Klagenfurt am sechsten, dritten, Wahnsinn. Du tust die ganzen großen Hallen hier bei uns? Ja, die in Deutschland wollte ich mich nicht mehr sehen. Ich habe alles da leer gespielt schon. Ist das wegen Pegida, oder? Nee, Pegida ist ja lustig. Ich meine, Pegida sind ja, was haben die, 0,4% Moslems und dann sagen die, Islamisierung ist Abendland. So, ist Dresden Abendland, ich weiß nicht. Aber dann noch zu sagen, es wird islamisiert, sagt doch einfach, ihr habt keinen Bock auf Ausländer. Damit kann ich ja noch umgehen, das wäre wenigstens ehrlich. Aber ich spiele ja auch in Dresden, da kommen auch 3000 Dresdner. Die sind halt vor der Halle und sagen Ausländer raus. Aber, nein, ich möchte wirklich sagen, ich habe Fans in Dresden, da kommen 3000 und die kommen auch in die Halle und alles ist gut. Davon wird halt nicht berichtet in den Medien, weil das verkauft keine Blätter. Aber gibt es eigentlich auch Ambitionen, so wie Mittermeier, auch im englischsprachigen Ausland aufzutreten? Absolut. Ich finde das großartig, was Michi da macht. Wir haben uns auch oft drüber unterhalten. Ich habe das letztes Jahr deswegen in Kuala Lumpur, Singapur gemacht. Du bist dort aufgetreten? Auf Englisch bin ich aufgetreten. In Kuala Lumpur? In Kuala Lumpur. Wie viele Fans hast du in Kuala Lumpur? Gibt es eine Kabarett-Szene in Kuala Lumpur? In Kuala Lumpur kommen ungefähr so 300 Leute, die Hälfte davon Deutsch. Die waren natürlich enttäuscht, dass ich sie nicht auf Deutsch gemacht habe. Aber die anderen 150 haben sich, glaube ich, verlaufen. Aber ich habe die trotzdem zum Lachen bringen können, weil meine Comedy übersetzt sich natürlich. Der Inder funktioniert in Kuala Lumpur genauso wie in Deutschland oder Österreich. Wenn du halt auf Englisch redest, hallo, what is happening to you? Can I help you please? Dann lachen die da genauso wie jetzt hier heute Abend. Ja, aber das ist für uns unvorstellbar, oder? Sich ein Publikum in Kuala Lumpur zu erspielen, da sind wir zu schlapp. Für uns ist es schon hart, sich ein Publikum in Österreich zu erspielen. Ja, ist echt so, ne? Ja. Nein, aber ich finde das auch großartig. Auch das ist Building Bridges, was du da machst. Das finde ich auch spektakulär. Und Building Bridges heißt ja dieses Motto beim Real Vision Song Contest in Österreich dieses Jahr ausführen darf. Und da gibt es verschiedenste Dinge, die im ORF auch laufen. Wahrscheinlich bis zum 23.05., wenn das Ganze startet, wahrscheinlich täglich im ORF, oder? Immer ununterbrochen irgendeine Aktion. Und es gab jetzt eine völlig bizarre Aktion, und zwar hat sich ein Chor gebildet von Volontiers. Volontiers, die gratis arbeiten dürfen für den ORF beim Song Contest. Sogar dafür gab es ein Casting, wer dort gratis arbeiten darf. Und jetzt gab es noch ein Casting von diesen armen Leuten, die dort gratis arbeiten müssen, wer von denen singen kann. Und jetzt wurde ein Chor zusammengestellt. Dieser Chor wird mitmachen bei einer ORF-Sendung, die heißt Die große Chance der Chöre. Unglaublich schöner Titel, finde ich. Und unser Mitarbeiter Auszufried war bei diesem Casting dabei. Vielleicht magst du dir das mit uns anschauen. Unbedingt. Und unsere Battle Ausfu. Okay. ACCGGERING